Fifty Languages Eighty-three Drei-und-achtzig Drei-und-achtzig Past Tense-three Vergangenheit-drei Vergangenheit-drei To make a call Telefonieren Telefonieren I made a call Ich habe telefoniert Ich habe telefoniert I was talking on the phone all the time Ich habe die ganze Zeit telefoniert Ich habe die ganze Zeit telefoniert To ask Fragen Fragen I asked Ich habe gefragt Ich habe gefragt I always asked Ich habe immer gefragt Ich habe immer gefragt To narrate Erzählen 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 I narrated Ich habe erzählt Ich habe erzählt Ich habe die ganze Geschichte erzählt Ich habe die ganze Geschichte erzählt To study Lernen Lernen Ich habe gelernt Ich habe gelernt Ich habe gelernt Ich habe gelernt The whole evening Ich habe den ganzen Abend gelernt Ich habe den ganzen Abend gelernt Erzählen To work Arbeiten 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 I worked Ich habe gearbeitet Ich habe gearbeitet Ich habe gearbeitet To eat Essen 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 I ate Ich habe gegessen Ich habe gegessen Ich habe gegessen Ich habe das ganze Ich habe entrada age Ich habe Ich Ich